Okay. Sag ihm drei. Jawohl. Das packt er zurück. Der Mann juckt halt. Sag ihm, das ist schwer. Ich bin aber nicht mehr so lange an. Ich bin gleich weg. Wie? Ja, ich treffe mich mit Kollegen. Das ist keine Kollegen. Der ist offen. Domination. Oh. Ach. Bitte dieser Vestige Master ist auch gut. Bitte lieber Gott. Ich wollte das nicht cappen. Wieso Käpt'n hin? Ich wollte ne Geldschock jetzt machen, Alter. Jetzt hab ich's nicht mal bekommen. Weil ich's im letzten Moment weggegangen bin. He. He. Ja, der ist kurz vor Luke. Luke? Wahrscheinlich Luke, oder? Oh, tschüss, was? Er schießt mit dem Raketenwerfer ins Maul. Ich spaw'n Luke. Ich spaw'n Luke. 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 Ich spaw'n Luke zu, dann spaw'n die nur noch C. Der spielt Temal auf Dingens. Nein, ein Korn schwor'n, Digga. Luke ist zu, ne? Die können nur noch in C spawnen. Ich hab'n Geiltern, hab'n Spawn gemacht. Baby. Ich spaw'n Sandkasten. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Die spawn'n Sandkasten. ich habe aber lukazu gemacht ist von noch ein c noch einer und dieser prestigemaster spielt schon wieder 30 punkte vorwärter gestorben ich auch die ganze zeit wird schon lange haben soll ich bin jetzt noch ein ich bin jetzt Ah, nein! Ich bin der Mord, so mehr! ich wollte gerade einfach Solo 4 oder 5 Leute das ist echt Hammerhard hier Hammerhard ey wir sind hier musste Team mit hier einnehmen die jetzt viel Fläge dann mach doch nicht ok Töne oder Vergeltung Digga hab durch Nuklear schade Team mit hat gecapt ich hab das voll nicht verzeiht aber nicht rüberlaufen hat es ganz egal Alter die schießt mich durch die Wand tot bei Garage Jungen war das knapp ja tipp Nummer 1 geh niemals in Garage ich kick die Nuklearen nicht hin ich kick gar keinen Ki mehr schade um um ich finde schon gargertet Ich bin auch kurz vor Nuklear. Ich krieg nur das Riss. Ich sterbe, weil ich da rein pushe, ich klicke nur Assists, ich habe mal 40 EF-Auspunkte brutal, ich war immer noch brutal. Nein, ich war so ein Schick gezeigt. Ich war so geil, dass die Team jetzt nicht B gecapt haben, ne? Äh, nicht A gecapt haben. So, die ganze Zeit C ist Bautretten. Nein. Oh, ne Scheiße. Ich bin auch gestorben. Hätte ich sehr viel, wenn ich nicht tut. Ja, dazu. Die... Würden wir mal mit C einnehmen, das wäre so perfekt. Mh. Mh. Ich müsste da becapt. Guck mal, ich habe schon 50 K. Hätte ich die Nuklear gemacht, hätte ich jetzt fast double erst Halbzeit. Ich bin so schlecht manchmal, ne? Ich bin so schlecht manchmal. Ich bin so schlecht manchmal. Immer. Was schon noch leer? Was schon noch leer? Was schon noch leer? warte mal die hp wieder zu kill dem auf 10 dann spawne ich nur noch bei a so leckerlich und den nur einfach zu dritt ich kann immer noch double nuklein machen nein wir haben noch vor langer zeitiger ganz schön immer wieder 20 ich werde ich schwer dieser goldene röber sieht wie sie ganz zeit wieder brutal komm ich wenigstens triple fail oder nein nein ich gehe mich mal selber ich bin auch zu befehl der typ mit seiner dingo ich schwöre vielleicht hätte ich dann könnte wir nehmen wir in den bern hat einer guardian für blutler Luka? Ja, ich hab gar nicht gewonnen Die luka ist in den Stoort Аaaah, ich schon wieder schufrunde Schoort Ich bin dran Achtung! luka ist wieder gardien jungs gibt es zu zählte ich hab dich wieder eine klare ja jetzt luka zugemacht ich müssten jetzt nur noch bei uns das war ich bin tot wieder er ist unsichtbar ja zum glück hat er sich selbst aufgedeckt einer muss mit mir aber ich will jetzt nicht nochmal brutal tot gut nein derzeit total höchstens leute hoch aber kann ich noch mal sie haben vielleicht noch nicht mehr die schönste kurzen machen ich meine arme du bist aus aus nein stelle nein neun kürzer habe ich wenigstens 120 plus ich weiß nicht ich glaube ich lasse live hoch ich habe noch dingens aufnahmelaufnehmbar ich bin so unnötig gestorben ehrlich ja ich auch hätte ich diese chippe gerammt die stelle ich kann nicht schiffen wie viel lohn abgeben ich speichere das mal lieber nicht dass es ist aber dann